Musik We are back! Herzlich Willkommen zu Kropf in die Wien! Hier, wie wir es letzte Mal gezogen haben aus der Box, ist heute die Mail Musik Challenge. Also einer singt mit Kopfhörern und Mehl im Mund und die anderen zwei müssen es erraten und derjenige, der es erratet, bekommt einen Punkt. Am Ende ziehen wir wieder aus der Box. Der Geheimnis! Ja genau. Prost! Hör auf jetzt, sonst hast du kein Wasser mehr. Wasser, Wasser, Kiefel, Wasser, Wasser, Nosa, Nosa, ich brauche ein Kiefel, Wasser. Hallo, bist du dumm? Wie wärs? Du kannst... Was? 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 Ich bin jetzt in Zauberstin. Wah! Ich bin jetzt in Zauberstin. Ach so, ich sollst doch Kinderlil... Deinen Tannen... Hände waschen! Oh yeah! Bisss! Kom her du! Was ist mit dir? Ich bin jetzt in Zauberstin. Ich bin jetzt in Zauberstin. Los! Ich kenne dich auch einen Feier. Ich bin nicht st Bennet. Rammstein! Engel! Achso, nein! Mein Erd brennt! Das war gleichzeitig, oder? Ja! BEST DU! Oma fährt im Hügelstein Motorrad! Nein, Oma fährt im Hügelstein Motorrad! Keiner Lied! Nein, doch! Du hast det, dipped? Da du hast det, dipped? Do, 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 do! Stop! 2, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 18, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 23,23,21 Tiden Ryd! Du finder den really smart. Du hast gar keine Kinder? Ähm, bist du dumm schon? Bist du dumm, Digga? Ja. Bist du dumm, Digga? Ha, ha, ha. Tidosen. Bist du dumm, Digga? Tipp für Männer. Rosentätl immer zu. Scheiße, die Hände! Chainsmokers! 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 Closer! Closer! Uiiiiiiiiiii! Wie geht's dann? Ach, für meine Hände! Alle, meine Hände! Stehen wir auf dem See! Oh, nee! Ich habe einen Hosenbeißen. Du hast den Beißen. Du hast den Beißen. Ruts. High Five. Ich habe einen Beißen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Was? Eintiomama! Ja. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Box der Geheimnisse, wie schon gesagt. Ich zieh jetzt. Und als nächstes kommt Zehnarten von Lehrern. Das habt ihr euch ausgesucht. Ich hoffe, es passt euch. Und ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Abo da. Ja. Ciao. Musik Musik